Hallo und herzlich willkommen bei Games Show of Let's Play, mit mir Xoxx250, Let's Play Left 4 The 2 und ja, wir sind alle bereit, Alter. Hier gibt es sogar einmal eine Nahkampfwaffe. Toll ist das. Einfach mal auf die rechte Seite gefetzt, ey. Hand abreißen. Gelände, genau. Ja, wenn wir sie, wenn wir wissen wo sie ist, dann. Ja. Ja. Mann, hier nicht hinten sein. Wieso machen die die Tür wieder zu, was mich verarschen? Gerne. Was ist jetzt wieder los? Nein! Oh! Nein! Ey, weg! Ich dachte schon, was ist jetzt los? Komm, Zeit, ich. Kind sind drin. Mit mir wieder aufhören. Kann man es nutzen? Nö, kann man nicht, schade. Hier liegen Waffen rum. Naja vor den Waffen, da liegt eine einzige Waffe, du Hirsch. Was? Ich? Nö. Keine Ahnung. Manchmal Zombies, manchmal nicht Zombies. Alter, schon wieder zu. Ach, keine Ahnung. Smoker finde ich hier nicht. Ja genau, ich suche nur mich aus, Alter. Nicht normal. Alter, hier ist ja dunkel. Ich konnte die Sprache zuletzt nicht verstehen. Diese Zombies. Ab normal. Weg mit dir. Ach nö. Ach nö. Boah, ich hasse es. Boah, ich hasse diesen Havara. Boah. Vielleicht mal liegen bleiben. Lade nach. Oh, hier gibts noch was. Ich nehm Tabletten. Ah, ich bin hier weg. So. Erstmal raus scannen. Da 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 da. Kommt hier vielleicht jetzt mal her. So, und jetzt ist das da. Weg hier. Oh, da kommen wir hier vorbei. So, dann müssen wir wohl hier hoch. Au. Wow. Boah. Ekelig. Erstmal heilen. Die Treppe hoch. So. Gib Deckung. Gib Deckung, Leute. Alter, wie geil steht hier. Deckung vom Feinsten. Okay, bereit. Was ist denn das hier? Lüft. Ah, hier oben. Oh. Boah. Schnell raus hier. Yeah. Hinten ist ja nichts. Passt. Gehen wir weiter. Weiter zur Blitzerbleiter. Ich muss mich verärzten. Ach, ne. Ne, warte mal. Kein Plan, wo da ist. Nichts gesehen. Ja, macht das, Leute. Alter, was war denn das gerade? Komisch. Nehmen wir die Straße. Ja, dann tun wir doch. Ach. Die verdammte Witch nicht wild. Scheiße. Die Witch wirkt für Argath. Nein, nicht mich. Nicht dich. Ich sehe ihn, ey. Boah, ho, ho. Geilste Taktik, ne? Danke, Luis. Danke, Luis. Ja, du musst halt immer den Humpelmann spielen. Danke, Luis. Arevi sich das anwörter. Arevi sich alle gleich wissen? Ne. Da hilft nur das eine. Thank you. Schau, jetzt schauen wir den Mega-Explosion zu. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Boah, geht's zum Nier irgendwo. Waffen! Ja, wo wollen sie hin? Dann zum Schilden-Jürgertwo. Boah, ha-ha. Ist auch toll. Mit euch. Hässlichen Zombies hier. Verbandskasten. Wow. Hab ich schon. Ne, brauche ich nicht. Alter Finne. Die Schüsse sind viel zu gut. Den kriege ich. Moiner. Moiner. Ha-ha. Nein. Ha-ha. Dafür war der andere, meiner. Ha-ha. Ho-ho. Erstmal der Plitten nehmen. Ist schon wieder ne Schild? Äh, ne Schild. Ne Witch. Wow. Wow. Die Witch sieht sauer aus. Aber nicht dich, oder? Nicht dich. Nicht dich. Nicht dich. Ja. Ich sehe nicht mal, wo sie ist. Oh, sie ist schon tot, oder? Ist sie das? Ja. Jockey. 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 Bäh. Hat. Es schaut wohl aus, dass der Kopf unter dem Auto ist. Boah. Hustenanfälle. Achiel. Hier chillen wir auch ganz geil. Oh, nicht mit Zombies. Das nehme ich. Ja, mach das. Nimm alles. Oh, nicht. Oh, nein. Ist schon wieder ein Charger. Hab ich da was gesehen? Oh. Nass wird sie. Könnte nützlich sein. Oh, ja. Nehme ich gleich. Alter. Gleich wie ein Minecraft. Wenn die gegen die Tür hauen. Hört sich das an. Oh. Erschreckt. Ach, nö. Volleingang gesuchert. Boah. Weg mit dir. Du auch, du Hampelmann. Alter, geh weg von mir. Perfekt. Weg es schnell. Was wird es denn hier schönes? Ah. Toll. So. Wo geht es denn hier hin? Zu einem kranken Auto. Krankenwagen. Ein krankes Auto. Uh. Srinivic. Dachte schon. Lade nach. Oh mein Gott. Da will ich auch nicht gern sein. In der Kirche brennt noch Licht. Ich lade nach. Lade nach. Vor allem brennt noch Licht. Vielleicht ist das Feuer. Es bränt Feuer. Oh. Doch nicht. Da gerade Geräusche gehört. Komisch. Dachte immer Leichen sprechen. Nein. Wtf. Fuuuck. Vorsichtig. Nicht nochmal. Ich hab das gegraut. Das mit dir nicht besser. Also. Ich bin Francis. Das ist Opa Bill. Und um uns herum, wir sind vor Zombies. Also mach auf. Schnell! Keiner kommt rein! Ding-Dom! 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 Es macht dich werfen, ich muss mal gucken. Nichts, ey. Nichts, ey. Schnell! Fass! 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 Kommt weg hier. Was ist los? Ja, geh weg, Mann. Da ist da wirklich noch einer. Ja. Ach, nö, nicht nochmal. Jetzt habe ich aber keiner mehr. Nee. Das war. Hilfe. Nein. Oh, mein Gott. Weg hier. Oh, mein Gott. Nicht viel Leben. Nee. Geh, stell zu mal. Nee, ich brauch das dringendor, Mann. Ah, danke. Du faszinierst mich. Ja, mich. Lade nach. Ich bin wirklich verletzt. Lade nach. Wo ist der Hubsch jetzt? Jetzt ist er nicht mehr da. Toll. Ja, mach sie doch zu, hm. Ja. Ist man wirklich was? Säcke. Jo, Bro. Ho, wow. Schubi, do. Ja, da machst du einfach nichts. Drei Infizierte nur gekillt. Ne, Superkiller, so meine ich. Superinfizierte, besondere Infizierte. Ich fühle mich beschissen. Ich mag dich auch sehr gern. Naja, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Luftfutter 2. Und du, sei still. Also, äh, danke. Ja, wir sehen uns in der nächsten Episode von Luftfutter 2. Tschüss. Batschiwawam. Halam. Badam. Tschau.